Ich habe den Eindruck, dass in letzter Zeit viele Menschen unter Angst leiden. Angst ist zu einem großen Thema auch in unserer Gesellschaft geworden, aber die Gebetsanliegen, die wir bekommen und die E-Mails, die ich bekomme, sprechen auch davon, dass bei Christen dieses Thema Angst etwas ist, was in ihrem Leben einfach zu Verunsicherungen und zu heftigen Kämpfen führt. Angst ist etwas, was der Teufel benutzt, um uns zu unterjochen. Das Gegenteil von Angst ist Glaube. Glaube an Gott ist ein Geschenk von Gott, das uns frei macht. Wir haben es in der Hand, für welche Seite wir uns konstant entscheiden. Nicht einmal, ja, ich glaube ja an Gott und das war es und dann kommt die Angst, dann kommt der Feind und dann, ja, wo ist dann der Glaube? Zum Glauben zu entscheiden kann für manche Menschen, die in Angst attackiert sind, eine stets und ständige, feste Überzeugung, ein Widerstehen gegen den Feind bedeuten. Es kann sein, dass du das, wenn du in Angstattacken stehst, dass du das ganz oft am Tag tun musst. Ich möchte dir einige Strategien gegen Angst mitgeben heute. Das Erste ist, sei entschlossen, dem Feind kein Raum, kein Feld in deinem Leben zu überlassen. Sei entschlossen, ihm zu widerstehen. In der Bibel heißt es, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Sei entschlossen. Widersetze dich seinen Attacken. Gerade in den Gefühlen mit Angst ist es sehr wichtig, einen festen Stand einzunehmen und zu widerstehen. Das Widerstehen kann auch bedeuten, dass du, wenn diese negativen Gedanken kommen, dass du sagen musst, Stopp, bis hierhin und nicht weiter. Dass du aktiv dich widersetzen musst. Und dann mach es zu deinem ersten Anliegen, im Glauben an Gott zu wachsen. Wie kannst du das machen, im Glauben wachsen? Wir wachsen im Glauben, indem wir in einer ständigen Verbindung mit Jesus sind. Dass wir mit dem Heiligen Geist in einem ständigen Gespräch sind. Dass wir uns mit seinem Wort füllen. Mit dem Wort Gottes zu füllen, schafft eine Konsistenz, so würde ich es mal sagen, in uns, dass wir dem Feind keinen Raum mehr lassen. Wenn unser Raum erfüllt ist vom Wort Gottes, von seinen Verheißungen, von dem, was er uns versprochen hat, von dem Glauben an ihn, dann ist kein Raum mehr für diese feindlichen Attacken. Widerstehe dem Feind und wachse im Glauben. Lass das zuerst ein Anliegen werden, zu einem Herzensanliegen, im Glauben zu wachsen. Fülle dich mit Predigten, die du über CDs, über Kassetten, über egal was dir runterlädst und immer wieder anhörst. Das baut deinen Glauben auf und es ist kein Raum mehr für negative Dinge. Gottes Wort will dich unterrichten in den Wegen des Glaubens. Und was dir auch dazu sehr gut helfen kann, das ist, dass du die Verheißungen Gottes auf ein kleines Kärtchen schreibst. Und dass du es bei dir trägst. Ich habe gehört von vielen Menschen, dass sie unterwegs von Angstgedanken befallen werden. Beim Einkaufen, beim Autofahren. Menschen, die sich nicht mehr raustrauen, weil sie so in Angst zurückgehalten werden und gefangen genommen werden und keinen Schritt mehr vor die Haustür machen. Termine absagen, weil die Angst ist so dominant im Moment. Du kannst Gottes Wort mit dir tragen und du kannst es in deine Tasche stecken, dass du unterwegs, wenn du irgendwo unterwegs bist, dieses Wort Gottes hochholst in Situationen, wo es dir einfach nicht so präsent ist, weil diese Gefühle der Angst dich überfallen wollen. Schreib dir Gottes Verheißungen auf. Lass dir Rema-Worte schenken in deiner Zeit, die du aktiv mit Gott verbringst. Viele Menschen, die unter Angst leiden, schauen sich viele Filme im Fernsehen an. Das ist nicht das, was dir hilft, deinen Glauben aufzubauen. Wende dich eher von diesen Dingen ab, die deinen Geist zusätzlich irritieren und beunruhigen und wende dich mehr dem Wort Gottes zu. Schau dir verheißungsorientiertes Leben anderer Menschen an. Schau dir Biografien oder lese Biografien von Menschen, die mit Gott weitergegangen sind. Dass wir deinen Geist ausfüllen mit verheißungsorientiertem Glauben an Gott. Wir haben auf unserem Shop ein Buch angeboten. Das hat vielleicht nicht das Cover, was dir gleich so gefallen würde, dass du dieses Buch kaufst. Aber das beschäftigt sich damit, Angst zu überwinden. Es ist von Rick Joyner und es ist wirklich ein dünnes Heftchen, ein kleines Buch, was du gut lesen kannst und studieren kannst und was dir helfen kann, in diesem Bereich Angst zu überwinden, wirklich stark zu werden. Überlass dem Feind kein Feld, sondern wachse im Glauben. Wachse im Wort Gottes und du wirst sehen, Gott hat darin mehr für dich.